Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Andrew, ich brauche wieder deine Hilfe! Kein Problem, direkt weg, Doktor! Alles klar! Hey Leute, ehrlich gesagt, nicht mit dem Scheiß! Komm schon, genug genug! Wir müssen Andy ablenken, achso! Any thoughts on how to distract Andy? I don't know man, just look for something outside of the barn. We need him out of here. Alles klar. Der Generator! Der Generator! Are you there Andy? Yeah. So, where do you keep the rest of the tools? Well, if you need something, just tell me what it is and I can get it for you. Eh, not that important. Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. Alright, alright. Be right back, Doc. I picked up something I think could help with the lock. Alright, good to hear. Bin ich jetzt da hin? Weil jetzt ist er ja weg. Okay, let's do this. False alarm. I'm back. Okay. Hey there, Andy. Yeah? Why do you lock that door? Because we can't afford to lose our shit to the people in the woods. They come down here every once in a while and raid our stuff. Even with the fence. Hmm. All right then. Ist klar, wir müssen nur irgendwas draußen machen. Ich schätze jetzt echt den Generator, dass wir den irgendwie... Warum ist es jetzt wieder hell? Was? Warum? Oh nein. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus I had my boys to help out. I couldn't do it without them. Natürlich schmeißt er sich an die ran, ey. Ah, Alter, Vater. Ein Pavillon? Die haben wir vorher noch nicht angeguckt, ne? Glaub nicht. Was ist dasal, ey, ich sag nicht. Wie geht's denn? Was ist passiert, Lee? Was ist passiert? Kenny denkt, sie schreit etwas. Ich bin nicht sicher, was genau. Aber wir werden uns mehr Gefühl haben über dieses Platz. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir gehen und schauen uns in den Bar. Whatever you do, just be careful. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Ja, wir passen schon auf. Kriegen wir schon hin, würde ich meinen. Geil, dass es aussieht. Wie geil, dass es aussieht, wenn man einfach nur so hin und her wackelt. Ach, Mensch. Ich muss gerade ein bisschen aufstoßen. Es tut mir leid. Wir werden, äh, wir werden mit dem reden. Wir werden, äh, wir werden mit dem reden. Wir werden mit dem reden. Hast du mit Larry mitgebracht? Haha, er ist nur ein großartiger Kleiner, nicht wahr? Äh, ich weiß nicht, ob ich genau diese Worten hätte benutzt. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht. Diese Welt bringt die Schmerzen in die Menschen. Aber wenn du wirklich schauen, du wirst wirst wirst, du wirst ein glimpses von Humanität. Every now und dann. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Okay. Okay. Ja, ich weiß nicht, dass ich schmerzen. Es ist nichts interessantes. Ich kann dir das so viel. Es ist nur ein paar Worte und Ende. Es braucht viel Geld, um eine Farm zu fahren. Wir sind in ein paar Probleme da draußen. Ich bin froh, dass ihr zwei nicht verletzt. Es sind die Bandits einfach nicht wissen, wann zu gehen. Aber meine Jungs, sie können ihre eigene. Ich bin froh, wenn sie nicht. Und wenn sie nicht. Ich bin froh, wir kennen eine Frau in der ganzen Kampen. Sie war nicht ein paar Bandits. Sie war nicht ein paar Bandits. Sie sahen, wie sie etwas ziemlich schlecht gemacht hat. Und deine Marauderinnen sind noch da draußen. Ich glaube, dass alle die Leute aus der Hohen hatten, Probleme haben. Was das mit dem tun? Das heißt, dass sie nichts zu tun haben? Das bedeutet, dass ihr keine gegründetet sie. Any von ihnen. Ich denke, ich gehe mal nach. Es ist ein bisschen安心 hier, hier. Es ist es. Aber während du kannst, wirst du wahrscheinlich zu hören, dass die Monster gegen die Fenster zu lange hören. Ja, dann nehmen wir den. Ah, alles klar. Wir müssen also doch ausschalten. Ah, das Ding ist auch zu tief für meine bare Hände. Da, das zu tun. Fuckin' Danny, woher du findest du das Schiff? Oh, fucking thing through a belt. Damnit, dog. Ah, son of a fuck. Ah, this will take forever. Oh. No mail coming in or out these days. At least they don't have to worry about bill collectors anymore. Ja gut, das stimmt. Steckdose. Du kannst definitiv sagen, dass sie das Ding selbst gebaut haben. Willst du mit ihm reden? Nee. Okay. Tut mir leid, Andy. Aber wir müssen wissen, was in diesem Stall ist. Eigentlich würde ich gern erst das Festball haben und dann nachgucken. Aber okay. Dann halt nicht. Dann ist das so. Jetzt ist wieder komplett dunkel draußen. Warum? Dieser Zeitwechsel. Oh, hier ist ja noch. Oh. Oh, ja. Hier sind ja noch mehr Türen. Oh. Erst mal die angucken. Vielleicht find ich ja hier irgendwas Schönes. Nee. Okay. Da nicht. Vielleicht dort. Ich krieg tausend Milliarden Nachrichten schon wieder, ey. Gefühlt. Haha. Es ist ein Gefühltrück. Jo. Mehr hast du nicht zu sagen, alles klar. Okay. Dann halt nicht. Mom, Dad, dinner time. It's dinner time. Okay, honey. Let's get that. Dad. Dad. Come on. Let's eat. Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Okay. Alles klar. Natürlich muss man das bei jeder Schraube einzeln machen. Diese Sequenz. Okay. Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. Ich meine, habt ihr die Falle gesehen, Leute? Ist das nicht die... Obwohl, ja gut, der Typ wurde aufgegessen. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. Now go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's mine? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around on the dirt all day. Ich hab kein gutes Gefühl, Leute. Ich hab kein gutes Gefühl, Leute. Danny's baseball trophy. Seems like it's been years since kids were playing sports for fun. Nice school diploma. This dairy must have meant a lot to them before the walkers destroyed everything. Walkers aren't getting through that thing. Ich kann hier sonst nichts mehr nutzen. Alles klar, ich will hoch. Ich hab irgendwie kein gutes Gefühl. Die hat schon komplett Gänsehaut gerade, ey. Nein. Würde ich auch gern wissen. Where the hell is Mark? I thought Brenda said he was up here resting. Is that blood? Farm books, cookbooks. Nothing out of the ordinary here. Okay. Farm books, cookbooks, nothing out of the ordinary here. Feels like there's a storm coming. Is that blood? Blood? Ich kann dann ziehen, okay. What the hell? Oder das Anstecken. So. Oh Gott, Leute. Lee? Marc! Was ist denn passiert? Brüder... Was ist denn mit deinen Beinen? Was ist denn mit deinen Beinen? Jangan... Machen... ...dinner... Hey... Clementine! Ach du Scheiße, Alter! Don't eat that! Huh? Lee! Jesus, man! Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee! This lady has made you a meal! Yeah, Lee, what's gotten into you? He just had a start. He could use some goddamn manners! It didn't have to be this way. You're eating human meat! That's crazy! What the hell? Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily! There's always something with this guy! Mom, I was eating that! What is going on? Go upstairs and look! You'll find a guy with both of his legs hacked off! This is a dairy, not a ranch! Think about it! It's true. Everything could've turned out okay for you folks. He would've died anyway. We gotta think about living! Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people! And for what? To continue to rot till they eat some more! We think we can put that meat to better use. Ugh, I'm gonna puke! You're all sick. Sick in the head! Lee, that's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways. One way or another. Like y'all. Clementine! Nobody's going anywhere! We got lots of use for y'all right here. What? The fucking black fuck! Put your guns down! We're walking out of here! You don't go near my fucking family! I don't wanna die! Mommy, what did I eat? Everyone! Everything will be okay! Lee? 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 Aaaaaahhh! Aaaaaahhhh! I'll kill you! Hallo, Bihane. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Houtchdrein